Joa, ich will, dass ich noch ein bisschen Papierkram zu erledigen habe, Decker. Ich hasse das. Der Typ hat gerade übel Stress geschoben da in seinem Auto. Da, Alter, hau den Obi, hä? Boah, Omi, guck dir mal diesen Sportauspuff an, Alter, holy shit. Das ist ja locker Original AMG, die Auspuffanlage. So, Freunde, ich spiele jetzt gerade eine Runde Grand RP auf dem Server Nummer 3. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr jetzt direkt joinen. Das Einzige, was ihr dafür braucht, ist GTA auf dem PC und dann einfach auf den Link klicken, den Server beitreten, Server Nummer 3, vernünftigen Namen aussuchen und zusammen mit mir ein bisschen auf Grand RP 3 spielen. Ja, Easiness. Wir testen hier gerade den Server, wie viele Leute gleichzeitig drauf kommen. Und ja, also, wer Lust hat, kommt dazu. Und ja, also, wer Lust hat, kommt dazu. Und ja, also, wer Lust hat, kommt dazu.